Hallöchen Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Platin Dark Souls 2. Weiter geht's natürlich jetzt hier im Eisenschloss. Äh, ja, in der Hoffnung, dass wir da noch ein paar Mal beschworen werden. Und natürlich auch, dass wir den Boss mal endlich selber besiegen. Äh, jo. Ging ja letztes Mal doch einigermaßen, zumindest mal was Beschwerung betrifft. Zum ersten Mal zweimal hintereinander ganz gut. Deswegen bin ich jetzt immer noch guter Dinge, dass es vielleicht nochmal so ist. Na, einfach mal gucken, wie das abläuft. Hier ist auf jeden Fall schon mal keiner zum Beschwerden, schade. Weil natürlich möchte ich den Scheiß da auch mal endlich weg haben. Und dann eher beim Endboss hier, theoretisch praktisch, äh, das Ganze zurück hier machen. Äh, kommt der andere da hinten da jetzt, oder bleibt der jetzt auch schon weg? Der Bogenschütze ist auf jeden Fall noch da. Da ist er. Gut. Dann machen wir uns erstmal nochmal den da. Jupp. Sehr schön. Jetzt sind wir wenigstens auch wieder den Bogenschützen, das heißt, es bleibt auch mal wieder oben. Keine Ahnung, was da dann letztens los war, ob er das Spiel irgendwie falsch geladen hat oder so. Kein Plan. Oh ja, klasse. Dafür pulle ich jetzt die beiden, ist natürlich auch nicht schlecht. Hüi, 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 hüi. Hüi, hüi, hüi. Äh, hüi, 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 hüi. Und natürlich haben wir jetzt hier, deshalb noch richtig erkannt, Lukas hier nicht. Weil ich ja natürlich mit ihr noch gar nicht gelabert habe. Und somit steht ihm hier auch nicht zur Verfügung. Tja, durfte aber wohl trotzdem auch funktionieren. Aua. Aber wenn wir die jetzt nicht haben. Wie gesagt, so hoffe ich jetzt mal zumindest. Dass das jetzt so ist, wie ich es mir denke. Nein. Oh Mann. Geht so hart. Gut. Und so natürlich um zu öfters ich die Jungen schlachte. Und so weniger sind die dann wieder da. Nach 12 bis 15 Mal. De-spawn die ja endgültig aus. Ich würde natürlich hier die Champions-Dings da auswählen. Äh, den Champions-Aid. Dann natürlich nicht. Da wird alles schwerer. Weil die Gegner dann, ich glaube, 22% mehr Schaden machen. Ne, 32% machen die mehr Schaden. Und ich mache 22% weniger. So war das. Genau. Ist natürlich eine scheiß Kombi. Dafür wurden dann die Gegner nicht mehr de-spawn. Was in dem Fall bei mir ist dann von Vorteil ist, soweit ich jetzt hier die Dinger doch tatsächlich dann im Offline-Modus nachfahren müsste. Die Sunlight Melons. Ja, dachte ich es mir. Dass der eine da jetzt auch kommt. Shit. Gut. Sehr schön. Gut. Ja, guck mal, ich. Nein. Fuck. Aha. Aha. Shit. Mal wieder eine Rolle des Todes. Scheiße. Ich bin ja gerade so froh, dass er da abgestürzt ist. Tja, und ich gleich gleich hinterher. Und nochmal. Äh, ne, da. Hä? Doch, der ist tatsächlich immer noch da. Gut. Gut. Falsche Taste. Gut. Zum Glück hier erschlägt er nicht, wenn er runter springt. Äh. Dieses alleine Zeug da, ne? Nein. Wow. Hä? Hä? Was soll, was gerade das war? Gott. Hä? Ich trau dem Bogenschützen halt nicht. Gut. Hä? Ne. Das ist ja ein Witz. Äh. Hast du keine anderen, die du nerven kannst? Echt? Das ist ja ein Witz. Hä? Hä? Das ist ja ein Witz. Hä? aber echt immer ein gutes indiz dafür zeichen blablabla verschwunden ja dass dann hier das teil dann abkackt beziehungsweise dass er wieder so ein dämmlicher typ darauf kreuzt so steht ja da hä scheiße da ist mir doch dass ich da noch mal ein mal nerven die noch was anderes du vogel er bin ich froh in die dies von so es kommt das andere ja und noch mal einer hier hinten da kommt der dd da ich halte mal so mal in den günder Sollte Gut, und wieder zwei. So. Ja, kommen die anderen jetzt noch näher. Oha. Nein. Scheiße. Gut, das war keine gute Idee. So ein Kack. Oh, das Symbol ist verschwunden. Ja, denke ich mir. Probieren wir nochmal. Hä? Sie glauben wir da nicht so nach Hause, wenn hier irgendwas liegen würde. Hä? Alter, wo wir da rüber so jumpen, Alter. Ja. Muss ja. So, hier da überall nix. Okay, das ist auch noch da. Äh, äh, na? Au. Das fängt ja schon super an. Hä? 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 ich mit dem hier auch anfangen könnte äh höh gut nein au ja und natürlich wieder zwei gut jetzt ist er eigentlich gehabt hier die 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 keine mehr ich glaube dass sie aufgaben oder so für ich auch gut nur gut nächste mal hoffen dass ich den hier schnell oder auch nicht hey mann mann boah ja genau rein ins feuer hier das wäre es noch gewesen das wäre es noch gewesen okay okay nee ach komm schon Nein! Ja genau! Oh Mann! Was ist denn das? Auf jeden Fall beschützt mich auch wieder keiner, ne? So eine Scheiße! Oh ja, wirklich, wollte ich verschwinden! Ah, ein Try mal hier noch! Der Lob ist auch noch da! Jupp! Hä? Kommt der? Ja! Den gibt es also auch noch! Gibt es doch gar nicht! Ich müsse den locker schon 15 mal gekillt haben! Mindestens! Oh! Okay. Gut. Gut. Gut.